Oh! Bitte! Nein! Nein! Jesus! Lass mich was drücken, bitte! Jetzt! Jetzt pass auf, guck's dir an! LOL! Ich häng fest! Oh, ich hab einen getötet! Oh nein, der ist an der gestorben worden! Ich hab einen gekillt durch Fall of the Witch! Jetzt häng ich fest in der Wand, siehst du das? Oh, ich bin wieder oben, nice! Oh, okay! Ja, aber die könnte ich auch, glaub ich, nicht antagen. Ich porte die ganze hin und her! Ich porte immer noch! Also, du steckst mit dieser kleinen Wand drin! Bei mir porte ich mich die ganze hin und her! Ist das ein Brex-Game? Ich geh mich so hinüber, what the fuck! A few minutes later! Okay, ich geh wieder hoch! Oh, jetzt porte ich mich wieder, guck! LOL! LOL! Ich kann nix sagen, guck! Okay, jetzt portest du aber auch bei mir so hin und her! Jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder hoch! Okay, jetzt bin ich wieder unten! Jaaa! Und das hatte ich gerade 5 Minuten lang! Oh! Okay! Geiles Spiel, man! Geil! Next Level Trolling! In einem gut programmierten Game! Oh, was passiert, wenn ich wieder die Ulti benutze? Warte, wieder Psicic! Jetzt, ich hab's wieder benutzt! Habe ich jetzt irgendwie Doppel-Leg gehört? Ich hab's wieder benutzt. Dann darf ich, Leute. tehd Tttttttttttt